Wir, ich bin also Geschäftsführer der Firma Werner, lagern in dieser Halle Ferrolegierungen, das heißt also Zuschlagstoffe für die Eisen- und Stahlindustrie. Für uns ging es also darum, dass wir vornehmlich aus Umweltschutzgründen die Materialien, die wir hier auf dem Hof haben, staubfrei lagern. Sind Sie zufrieden mit dem Coffron-Produkt? Absolut. Also ich kann wirklich nur sagen, dass wir in jeder Beziehung gut gehandelt sind.